Hallo und willkommen bei Hardware Art. Hier das Update des 700 Euro Gaming Computers Februar 2016. Als Prozessor der Intel Core i5 4460 mit 4x 3,2 Gigahertz. Er hat einen Turbo von 3,4 Gigahertz, 84 Watt TDP, eine integrierte Grafikeinheit und er wird in der Boxversion geliefert, das deutet ein Kühler, ist schon dabei. Er reicht natürlich für alle derzeitigen Games ohne Probleme aus und sollte für Gamer die nächsten 2 bis 4 Jahre locker ausreichen. Und als Mender das SROC B85 Anniversary mit dem Intel B85 Chipsatz. Es hat USB 3, SATA 3, 4 DDR3 RAM-Bänke, Pisa Express 3.0, ein 5.1 Soundchip und am IO-Panel 2x PS2, VGA Defoyant HDMI für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, 4x USB 2, eine LAN-Buchse, 2x USB 3 und 3 3,5 mm Klinken für den Soundchip. Als Arbeitsschweicher 8 GB Crucial Ballistic Sport, DDR3 16119 recht flott. Es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann ihn im Dual-Schnellen-Modus betreiben und 8 GB sind der Zeit für Gamer mehr als genug. Und als SSD eine 120 GB Silicon Power S70. Es ist eine normal schnelle SSD und 120 GB reichen in der Regel aus für das Betriebssystem und alle Programme. Als Festplatte eine 1 TB von Western Digital. Es ist eine überdurchschnittlich schnelle Festplatte und 1 TB sind für die meisten unter euch locker ausreichen. Als Grafikkarte die 4 GB Sapphire R9 380 Nitro. Es ist eine übertaktete Version der R9 380, trotzdem bleibt sie dank ihrem guten Kühler sehr leise. Mit ihr sollte man dann die meisten derzeitigen Spiele auf mindestens hohen Einstellungen flüssig spielen können. Und als Netzteil ein 500 Watt EVGA 500B. 500 Watt sind für den PC natürlich viel mehr als genug, man hat also noch Platz zum Aufrüsten. Dann auch ein DVD-Brenner von Light-On. Und als Gehäuse das Thermaltek Versa H25. Es bietet Platz für sehr lange Grafikkarten, außerdem ist ein Lüfter bereits vorinstalliert, aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Wer den PC nicht selber zusammenbauen möchte, kann ihn auch für 29,90 Euro zusammenbauen lassen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Falls das Video älter als 2 Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken. Dieser führt euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.